Es ist Abend und ich bin heute ganz allein zu Haus. Vor mir liegt mein kleines, rotes Tagebuch. Ich schlage die ersten Seiten auf und die Seiten fangen auf einmal zu sprechen an. Alle von euch, die mal so ein Tagebuch hatten, werden mich verstehen, wenn ich ein wenig traurig bin. Es war in der kleinen Espresso Bar, an einem Montag im letzten Jahr. Da fand ich dich gleich so wunderbar, so steht es in meinem Kalender. Am Mittwoch darauf kam das Rendezvous, der erste Kuss und das erste Du. Und nur der Mund sah uns beiden zu, so steht es in meinem Kalender. Warum, warum ist das alles geschehen? Warum mussten wir auseinander gehen? Warum, nur warum ist das alles vorbei? Was so schön war, so schön für uns zwei. Du kamst eines Sonntags zu uns nach Haus und brachtest Mama einen Blumenstrauß. Für mich sah die Welt wie verzaubert aus, so steht es in meinem Kalender. Am Freitag, den dreizehnten Tag, da gab es Streit. Ich hab es leider zu spät bereut. Seitdem ist mein Herz voller Einsamkeit. So steht es in meinem Kalender. Warum, nur warum ist das alles geschehen? Warum, nur warum, nur warum ist das alles vorbei? Was so schön war, so schön für uns zwei. Was so schön war, so schön für uns zwei. Ich hab an, da so viel Glück. Was so schön war, ganz gulock этоisse. korl 2 Sch Vielen Dank.